Es ist Zeit für die Allgäu-TV-Nachrichten. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Blick auf die Themen am Dienstag. Ab in den Süden der Allgäu-Airport vor den Pfingstferien. Erster Platz geht nach Kempten. Bayerischer Integrationspreis 2023. Erd-Sportprojekt und Begleitung auf dem letzten Weg. 30 Jahre Hospizverein Kempten-Oberallgäu. Das Wetter im Allgäu. Der Regen lässt in der Nacht nach. Morgen weitgehend trocken. In zwei Wochen starten in Bayern die Pfingstferien. Die Urlaubszeit steht also kurz bevor. Für die einen bedeutet das Stau auf der Autobahn, für andere eine Zitterpartie, wenn es darum geht, den Zug zu erwischen. Und für wieder andere geht es per Flugzeug in den Urlaub. Auch der Allgäu-Airport ist ein beliebter Startpunkt vieler Reisen. Kurz vor Ferienbeginn haben wir dem Flughafen einen Besuch abgestattet. Und einen Blick nach vorn auf den anstehenden Trubel, aber auch zurück auf die Urlaubslust in den Osterferien geworfen. Ein paar vereinzelte Besucher sind auf dem Vorplatz des Allgäu-Airports unterwegs. In der Ankunftshalle sieht es dagegen anders aus. Am Check-in-Schalter herrscht geschäftiges Treiben. Viele Menschen wollen in den Flieger in Richtung Urlaub. Für die aktuelle Zeit sind die Passagierzahlen ganz normal. Wenn man so will, ist es aber die Ruhe zwischen zwei Stürmen. Den ersten großen Ansturm hat der Memminger Flughafen vor einem Monat gut über die Bühne gebracht. 135.000 Passagiere nutzten in den Osterferien den Allgäu-Airport. Ja, wir sind sehr zufrieden. Zeigt es doch, dass wir nicht nur unser Corona- oder Vor-Corona-Niveau erreicht haben, sondern das Wachstum geht weiter. Also wir sind sogar als einer der wenigen Flughäfen deutlich über dem Level vom Vor-Corona-Jahr 2019. Der zweite Sturm, auf den sich der Allgäu-Airport gerade vorbereitet, beginnt in zwei Wochen. Denn dann starten die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg. In Memmingen erwartet man eine weitere Steigerung der Passagierzahlen im Vergleich zu den Osterferien. In die genauen Buchungszahlen hat der Airport vorab keinen Einblick. Die liegen nur den Fluggesellschaften vor. Einzig die Parkplatzreservierungen können eingesehen werden. Aber schon die reichen, um Geschäftsführer Ralf Schmid die Sorgenfalten auf die Stirn zu treiben. Weil wir tatsächlich feststellen, die Passagiere und die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Wir haben viele Flüge, aber wir haben halt auch nur begrenzte Kapazitäten hier am Flughafen. Und deswegen hoffen wir, dass die Passagiere alle sehr rechtzeitig, sehr frühzeitig bei uns ankommen. Dass sie in Ruhe idealerweise ihren Parkplatz online buchen, dass sie nicht einen Parkplatz suchen müssen. Und dass sie rechtzeitig hier sind, weil es kann schon sein, dass wir am Pfingsten hier und da die ein oder andere Warteschlange haben. Wir sind zwar immer noch der Flughafen der kurzen Wege, aber manchmal muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Besonders hoch ist die Auslastung in diesem Jahr bei Flügen an die ukrainische Grenze wie nach Kisinau in Moldawien. Aber auch warme Orte wie Porto und Neapel sind gern gebuchte Ziele. Vor allem natürlich in den Ferien. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren für den Allgäu Airport keine Überraschung. Ostern, Pfingsten und die Sommerferien mit Weihnachten, die Weihnachtsferien zusammen, das sind eigentlich unsere Peaks, das sind unsere anspruchsvollsten Zeiträume, wo wir eben mit geballten Besuchern an Sturm rechnen müssen, weil dann eigentlich die Schulferien sind und eben Familien mit Kindern eben auch nur da fliegen können. Und deswegen ist es immer eine besondere Herausforderung. Diese Herausforderung ist der Allgäu Airport aber gewachsen. Da sind sich die Verantwortlichen einig. Vielleicht auch, weil die Wetteraussichten im Allgäu in den nächsten Wochen nicht besonders rosig aussehen, zieht es die Menschen in Scharen raus aus der Heimat. Ein anhaltendes Fernweh bei der Allgäuer Bevölkerung, so die Flughafenleitung. Also wir spüren eben kein nachlassendes Reiseinteresse oder auch Fluginteresse. Im Gegenteil, wir haben das Gefühl, dass die Menschen nach wie vor den Urlaub gezielt suchen, um sich zu erholen vom Alltagsstress. Und wir hier eben mit den kurzen Wegen zum Flughafen Memmingen und dann gleich in den Urlaub eben das ideale Angebot für die Bürger aus der Region haben. Die Pfingstferien werden für den Allgäu Airport in diesem bisher sehr reiseintensiven Jahr eine anstrengende Phase. Ob auch dann die Zahlen von 2019 getoppt und damit die Erwartungen erfüllt werden können, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Es ist der große Härtetest für den Flughafen vor den Sommerferien. Ja, die Reisebranche boomt. Experten erwarten in diesem Jahr ein extrem gutes Umsatzniveau. Gefragt sind im Sommer vor allem Spanien, Türkei, Griechenland, Ägypten und Portugal. Und auch Italien erwartet einen überdurchschnittlichen Touristenandrang. Die Preise allerdings sind überall stark gestiegen. Schnäppchenpreise Last Minute sind in diesem Jahr rar gesät. So, gleich gibt es den Blick auf die Kurznachrichten und danach ausgeglichener Haushalt. Bistum stellt Finanzplan für die kommenden zwei Jahre auf. Wir sind heute in Kempten bei DEKRA, um unser Auto fit für den Sommer zu machen. Und das können Sie auch. RSA und DEKRA bieten im Mai kostenlose Sicherheitschecks in Kempten, Sonthofen und Lindau. Denn besser, Sie starten sicher in die Urlaubssaison. Alle Termine und Infos finden Sie auf rsa-radio.de. Wir sehen uns! DEKRA. Mit Sicherheit gute Fahrt. Unsere Heimat, die Goldsteig-Wald- und Bauernregion. Vom Bayerwald bis zum Böhmerwald. Wir Goldsteig-Landwirte verzichten auf Gentechnik und genießen, was echt und gut ist. Unsere naturreine Milch schmeckt man in jedem nussig-feinen Goldsteig-Emmentaler. Wild, unsere Natur, echt, unser Geschmack. Goldsteig-Käse-Spezialitäten. Diesen Samstag, am 20. Mai, sehen wir uns zum Sicherheitscheck bei DEKRA in Lindau in der Bregenzer Straße. Bitte melden Sie sich an und reservieren sich Ihren Sicherheitscheck für Ihr Auto. Alle Termine und Infos finden Sie auf rsa-radio.de. Wir sehen uns! DEKRA. Mit Sicherheit gute Fahrt. MyClickCard. Die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodensee-Region. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de Küchenmeier. Die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen. Innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Ist Ihnen Ihr Haus zu groß geworden? Die vielen Zimmer und Treppen. Nun wollen Sie sich verkleinern? Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich. Pinzenauer Immobilien Allgäu. Im Herzen von Sonthofen. Bahnhofstraße 16. Zufriedene Kunden haben viele. Wir haben die Glücklichen. Willkommen zurück zu Kompakt. Los geht es mit einem Straßenbauprojekt, an dem seit etwa einem Jahrzehnt im Ostallgäu gearbeitet wird. Baubeginn an Anschlussstelle B12. An der B12 bei Bertholzhofen ist nun mit den Bauarbeiten für die Anschlussstelle an die Bundesstraße offiziell begonnen worden. Es ist der letzte Bauabschnitt der Ortsumfahrung Magdoberdorf-Bertholzhofen, der nahegelegenen B16. Die Kosten für diesen Abschnitt liegen bei rund 5 Millionen Euro. Die Gesamtkosten inklusive dem Tunnelbau bei Bertholzhofen belaufen sich auf etwa 74 Millionen Euro. Der Effekt für Bertholzhofen ist jetzt schon da. Durch den Tunnel, der fertiggestellt wurde, im Betrieb ist, das hat spürbar zu einer Lärmberuhigung geführt. Das war ja auch das Ziel. Und dass wir jetzt natürlich auch diesen Anschluss an die B12 hinbekommen, sodass dann auch der Verkehr von der B12 direkt die Ortsumfahrung nutzt, das ist das eigentliche Ziel. Und damit eine Beruhigung auch für die Kernstadt Magdoberdorf. Die Bauarbeiten sollen größtenteils während des laufenden Verkehrs stattfinden. Als Baumaterial dient unter anderem der Aushub für den Tunnelbau bei Bertholzhofen. Im Sommer 2024 soll das Projekt abgeschlossen werden. Sollte die B12 zwischen Kempten und Kaufbeuren wie geplant ausgebaut werden, soll die nun begonnene Auffahrt der dann breiteren Trasse sehr einfach angepasst werden können, so die Verantwortlichen. In Magdoberdorf ist am vergangenen Wochenende ein Beziehungsstreit eskaliert. Bei der Auseinandersetzung versuchte ein 48-Jähriger mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine 46-jährige Frau einzustechen. Er verletzte sie dabei leicht. Der Streit verlagerte sich nach draußen. Dort konnten Nachbarn eingreifen, den Ehemann überwältigen und die Polizei verständigen. Offiziellen Angaben zufolge hatte die 46-jährige Ehefrau vor, sich von ihrem Partner zu trennen. Dem Ehemann wird nun versuchter Mord vorgeworfen. Er wurde festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Vier Verletzte nach Verkehrsunfall. Auf der Staatsstraße von Oberauerbach in Richtung Mindelheim ist es gestern Nachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Angaben der Polizei hatte eine 33-Jährige, die zusammen mit ihren zwei Kindern unterwegs war, einem anderen Auto an der Ausfahrt unterrieben, die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden sowohl die Unfallverursacherin und ihre zwei Kinder als auch die 52-jährige Fahrerin des anderen Autos leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand an beiden Autos ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das traditionelle Stadtfest in Memmingen soll in diesem Jahr nicht auf dem Marktplatz stattfinden, so die Allgäuer Zeitung. Neuer Veranstaltungsort ist am Hallhof. Grund für diese Entscheidung ist unter anderem das Steuerhaus am Marktplatz. Das wird derzeit saniert und ist eingerüstet. Somit bräuchte die Bühne, die während des Stadtfestes dort steht, einen neuen Platz, was wiederum weniger Platz für das Publikum bedeuten würde. Mit dem neuen Austragungsort am Hallhof geht die Stadt Memmingen also auf Nummer sicher. Negative Auswirkungen auf das Programm habe die Standortverlagerung keine, sondern eher positive. Dieses Jahr soll es wieder die beliebte Weinlaube geben. Außerdem darf bis Mitternacht ausgeschenkt werden. Eine Stunde länger als in den vergangenen Jahren. Und nun zum Sport. Da gibt es wirklich überraschende Neuigkeiten von den Füssener Curling-Frauen. Curling-Nationalteam der Frauen löst sich auf. Die deutsche Curling-Nationalmannschaft der Frauen hat heute ihre Auflösung bekannt gegeben. In einer kurzen Mitteilung auf der Social-Media-Plattform Facebook verkündet das Füssener Team Jentsch, dass sie sich entschieden haben, nach dieser Saison getrennte Wege zu gehen. Laut Berichten der Allgäuer Zeitung beenden Kapitänin Daniela Jentsch und ihre Schwester Annalena somit ihre aktive Karriere mit sofortiger Wirkung. Diese Entscheidung käme sehr überraschend. Noch vor wenigen Wochen hatte die 41-jährige Daniela Jentsch die Olympischen Spiele in Cortina 2026 als ihr großes Ziel bezeichnet. Für sie sei Mit ein Grund für das Karriereende, dass sie zukünftig mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchte. Neben den Jentsch-Schwestern gehören auch noch die beiden Füssener Athletinnen, Emira Abbes und Lena Knapp zum Team. Wie es für die Curling-Nationalmannschaft der Frauen nun weitergeht, entscheidet der Deutsche Curling-Verband. Und von dieser traurigen Nachricht für alle Curling-Fans geht es jetzt zum Wetter, das vielleicht ein bisschen aufheitert, denn es sieht nach all dem Regen endlich nach ein bisschen Frühling aus. Die ganzen Aussichten gibt es jetzt. Heute Nacht bleibt es weiter grau und nass, örtlich kann es immer wieder zu Regenschauern kommen. Die Werte liegen zwischen 6 Grad im Unterallgäu und 3 Grad im Oberallgäu und im Landkreis Lindau. Morgen Vormittag bleibt das Wetter nahezu unverändert, die Temperaturen steigen leicht, oft bis zu 9 Grad im Unterallgäu. Nachmittags lockert sich die Wolkendecke etwas auf und der Regen lässt gebietsweise nach. Im Oberallgäu hingegen kann es noch hin und wieder zu Niederschlägen kommen. Höchstwerte gibt es mit 11 Grad weiterhin im Unterallgäu und in Teilen des Oberallgäus. In den Bergen ist es aktuell auch größtenteils grau und nass, nur auf dem Gründen sieht es morgen etwas freundlicher aus. Auf dem Nebelhorn, Tegelberg und Hochgrad wird es voraussichtlich auch nicht regnen, dafür kann es hier aber sogar schneien. Die Werte liegen zwischen minus 2 und plus 5 Grad. Das Wetter in den kommenden Tagen wird freundlicher und der Regen lässt nach. Am Donnerstag gibt es bereits hin und wieder ein bisschen Sonne, bei Werten um die 14 Grad. Am Freitag steigen die Temperaturen leicht, es bleibt trocken und freundlich. Am Samstag sieht es ganz ähnlich aus, zudem gibt es Höchstwerte mit um die 18 Grad. Wer unheilbar krank ist und eine palliativ-pflegerische Versorgung braucht, der kann sich an ein Hospiz wenden. In Kempten zum Beispiel an den Hospizverein Kempten-Oberallgäu. Wie viele Hospizvereine lebt er vor allem von ehrenamtlicher Arbeit und dem Engagement vieler Oberallgäuer. Jetzt konnte der Verein sein 30-jähriges Bestehen feiern und sicher auch sich selbst für so viel soziales Engagement. Boris Weltermann berichtet. Dieses Haus unterscheidet sich sehr von einer Pflegeeinrichtung. Im Allgäu-Hospiz in Kempten erleben Menschen ihre letzten Tage. Das, was nicht mehr umzukehren ist, wird hier so angenehm wie möglich gemacht. Die Patienten, die hier nicht Patienten, sondern Gäste heißen, werden hier bis zu ihrem Lebensende begleitet. Der Weg in ein Hospiz ist nicht einfach. Dass es nicht mehr weitergeht, ist für kaum jemanden leicht zu verstehen und zu akzeptieren. Nicht für die Betroffenen und auch nicht für deren Angehörige. Das weiß Susanne Hofmann aus jahrelanger Erfahrung. Es ist oft von den Angehörigen das Gefühl, ich gebe meinen Angehörigen ab oder ich kann es nicht mehr leisten. Aber es ist einfach eine Versorgung von einem schwerstkranken Menschen zu Hause, von einem Laien. Hier ist man einfach überfordert und das darf man eingestehen und man kann keine Nacht mehr durchschlafen. Hier darf man die Verantwortung abgeben, hier sind die Menschen sehr gut betreut. Neben den stationären Angeboten bietet der Hospizverein Kempten-Oberallgäu auch eine ambulante Begleitung an. Birgit Prestl leitet sie. Mit ihrem Team ist sie für schwerstkranke Menschen da, die zu Hause sterben wollen und auch für deren Angehörige. Das ist ein Angebot für Menschen, die wirklich schwerstkrank sind, wo wissen, dass die Lebenszeit begrenzt ist und vor allem auch für die Angehörigen, dass die gestützt und gestärkt werden, dass sie diesen letzten Lebensweg zu Hause zusammen leisten können. Und dazu braucht es halt verschiedene Bausteine. Das ist einerseits das Pflegerische, was wir als Hospizverein jetzt nicht anbieten, aber andererseits auch zum Beispiel vor allem einfach diese psychosoziale Begleitung zu Hause, dass man die Menschen stärkt und stützt, dass sie das zu Hause leisten können. Seit nunmehr 30 Jahren bietet der Hospizverein Kempten-Oberallgäu Sterbebegleitung und Trauerbegleitung an. Zehn Jahre später entstand hier eines der ersten Hospize in Bayern. Das bisherige Hospiz war ja auch an diesem Ort in einem sehr betagten Gebäude untergebracht. Und trotzdem hat man also in diesem Gebäude acht Gästezimmer eingerichtet. Es hat sich ganz massiv entwickelt. Erstens ist der Bedarf ständig gestiegen und da in den Folgejahren war also dieses stationäre Hospiz auch vollkommen ausgelastet. Und die Wartelisten wurden dann immer länger. Seit 2020 gibt es das neue, größere Allgäu Hospiz. 16 Gäste können hier betreut und begleitet werden. Jeder Tag ist für alle, die hier leben und arbeiten, eine neue Herausforderung. Niemand weiß, wie ein Tag endet oder ein neuer beginnt. Die professionelle Begleitung durch erfahrene Fachkräfte und viel Herzblut helfen, das letzte Stück des Weges gehen zu können. Das Bistum Augsburg hat seinen neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 vorgelegt. Nach einem Defizit 2021 hat sich die Finanzlage nun wieder stabilisiert. Knapp 456 Millionen Euro werden für das laufende Jahr veranschlagt. Über 462 Millionen sind es für 2024. Der Löwenanteil von 85 Prozent stammt aus Einnahmen der Kirchensteuer. Christine Appelt hat über den Finanzplan mit demjenigen gesprochen, der ihn zu verantworten hat. Und zwar dem Finanzdirektor des Bistums Dominikus Kleindienst. Herr Dr. Kleindienst, der Doppelhaushalt 2019-2020, da ging das Volumen das erste Mal über 400 Millionen Euro. Jetzt sind wir schon bei 450 Millionen Euro, so roundabout. Das Bistum scheint ja im Geld zu schwimmen, das wird ja immer mehr. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren profitiert haben von einer positiven, einer relativ guten wirtschaftlichen Entwicklung. Nichtsdestotrotz muss man sehen, dass die Aufwandsseite deutlich dynamischer wächst. Also einmal die Energiekosten, insbesondere aber die Personalkosten. Ja, also insofern kommt es weniger auf das Volumen des Haushalts an, als vielmehr auf die Frage, ob wir in der Lage sind, alle Aufgaben der Kirche für die Menschen in der Gesellschaft zu erfüllen. Und da werden wir mit diesem ausgeglichenen Haushalt gut unterwegs sein. Sie haben es gerade gesagt, der Haushalt ist ja ausgeglichen. Also insofern können Sie alles finanzieren, was Sie finanzieren wollen. Wie werden an Sie diese Wünsche und Investitionslisten herangetragen? Müssen Sie da austarieren zwischen verschiedenen Interessen? Oder wie geht das eigentlich? Wie wird so ein Haushalt aufgestellt? Zunächst mal gibt es aus den verschiedenen Bereichen Haushaltsanträge. Und bei diesem vorliegenden Haushalt hatten wir dann einen Prozess, in dem wir systematisch hinterfragt haben, ob diese Anmeldungen aus pastoraler Sicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, tragbar sind. Und so sind wir dann auch auf einen ausgeglichenen Haushalt gekommen. Ganz wichtig ist dabei auch zu wissen, dass diese Abwägungsentscheidungen nicht aus der Finanzkammer getroffen werden können, sondern dass sie natürlich von pastoraler Seite kommen müssen. Und am Ende des Tages gibt es auch ein Gremium, das sich aus erfahrenen Laien und Geistlichen zusammensetzt, der Diäzesansteuerausschuss, der diesen Haushalt verabschiedet und der auch meiner Erfahrung nach ganz genau weiß, wo er hinschauen muss. Einer der größten Haushaltsausgabenpunkte ist ja tatsächlich immer, geht alles in die Pfarrseelsorge. Das ist ja ganz, ganz viel, der größte Kostenpunkt. Da gehört natürlich auch dazu Personalkosten für Priester, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Vereinen. Ist das das Grundsatzprinzip des Haushaltes, das Sie jetzt auch so fortführen, Seelsorge hochhalten, auch mit Geld? Ja, absolut. Also die Seelsorge ist wirklich die Kernaufgabe der Diözese. Und wenn wir sicherstellen können, dass das Geld eben bei den Kirchenstiftungen oder vor Ort da ankommt, wo das Geld gebraucht wird, wo wir den Leuten helfen können, wo wir ihnen beistehen können, wo wir ihnen signalisieren können und zeigen können, du bist nicht allein, da ist das Geld also richtig. Kontinuität ist ein Stichwort eigentlich, das man über die vielen, vielen Jahre, wenn man sich die Haushaltspläne anschaut, beobachten kann. Und da fällt auch auf, dass wirklich viel Geld immer in den Bereich Bauen, Neubau und aber auch Sanierung von Gebäuden geht. Ich sage die Zahlen mal, 37 Millionen haben Sie jetzt eingestellt für dieses Jahr, 35 Millionen Euro für nächstes Jahr. Das ist eine Menge Geld. Fehlt so viel Geld dann nicht eigentlich woanders, dann doch eher bei den Menschen? Der Bauetat, wie er jetzt im Haushalt steht, ist das Ergebnis tatsächlich auch von Kürzungen. Also eigentlich, wenn wir die Menge an Sakralgebäuden und Pfarrheimen zur Zufriedenheit aller erhalten wollten, dann bräuchten wir einen viel größeren Bauetat. Insofern müssten wir an der Stelle priorisieren und uns auch fokussieren, sodass wir im Bereich zum Beispiel der Seelsorge entsprechende Spielräume haben. Das war jetzt Ihr erster Doppelhaushalt für das Bistum. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Der Anspruch war ein ausgeglichener Doppelhaushalt. Dieses Ziel ist erreicht. Insofern bin ich zufrieden, wenngleich wir für die Zukunft nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt natürlich weitere Herausforderungen sehen. Wir werden weiter priorisieren müssen, Schwerpunkte definieren und das wird die Aufgabe sein, die wir unmittelbar angehen werden im Hinblick auf den nächsten Doppelhaushalt. Gemeinsamer Sport, ein gemeinsames Hobby. Man lernt sich kennen, verbringt Zeit miteinander, vielleicht entstehen Freundschaften. Gemeinsame Freizeit stützt auch die Integration. Das zeigt ein Sportprogramm aus Kempten, das laut Bayerischem Integrationspreis 2023 das Beste in Bayern ist. Ganz klar, dass wir uns das anschauen. Wir sind gleich damit zurück. Willkommen bei der Demenzwohngruppe für selbstbestimmtes Wohnen in Bolsterlang. Wir bieten professionelle Pflege in einem exklusiven Ambiente. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.hamacher-gesundheitsdienste.de Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming-at-allgäu-tv.de Es ist soweit. Alpachtal. Das ist Tirol. Kommt zu uns an Bord. Steigt ein in die faszinierende Welt der Finanzen. Eure Sparkasse hat als Arbeitgeber einiges zu bieten. Einen Job, der Spaß macht, der kommunikativ und nah an den Menschen in der Region ist. Entdeckt eure neuen Perspektiven, Ausbildungs- und Karrierechancen bei eurer Sparkasse. Mehr erfahrt ihr unter www.sparkasse-allgäu.de Weitere offene Stellen finden Sie unter jobs-im-allgäu.de Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Die Gewinner des Bayerischen Integrationspreises 2023 stehen fest. Platz 3 geht nach Dachau, Platz 2 nach Nürnberg und Platz 1 nach Kempten. Das Motto dieses Jahr war Integration in der Freizeit. Gemeinsame Hobbys verbinden. Das Kemptener Projekt bietet einen geschützten Raum zum Ausprobieren verschiedenster Sportarten. Wir durften eine Yogastunde begleiten. 4.000 Euro Preisgeld für den Sozialdienst muslimischer Frauen Kempten. Ihr Projekt zum gemeinsamen Sport machen konnte sich bei dem Bayerischen Integrationspreis 2023 den ersten Platz sichern. Wir hatten das uns gar nicht so vorgestellt, dass wir den ersten Preis bekommen, aber jetzt ist es soweit. Wir haben den ersten Preis und es ist sehr schön. Ein Grund zur Freude. Insgesamt haben sich 97 Aktionen und Projekte für den Preis beworben. Für den Sozialdienst muslimischer Frauen ist die Preiskrönung auch Wertschätzung für die Arbeit, die sie tun. Sozialdienst muslimischer Frauen hat das Ziel, die Menschen zusammenzubringen und ihnen mehrere Angebote zu machen, wie zum Beispiel Integration vor Ort zu stärken oder Austausch zu stärken oder das Zusammenleben vor Ort gemeinsam zu gestalten. Integration in der Freizeit. Gemeinsame Hobbys verbinden. So war das Motto des Preises dieses Jahr. Da passen die unterschiedlichen Angebote in Kempten gut rein. Seit 2021 probieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Flucht- und Migrationshintergrund hier unterschiedliche Sportarten aus. Heute ist mal wieder Yoga dran. Und Yoga liebe ich sowieso. Ich habe vorher schon Yoga gemacht und dieses Angebot habe ich dann gleich wahrgenommen. Mir gefällt es hier in der Gruppe mit den Frauen ganz nett. Und ja, ich halte mich fit dabei und ja, wir tauschen uns aus, auch bei anderen Themen. Und deswegen bin ich auch heute hier. Sich mit anderen austauschen und zusammen sportlich aktiv sein. Darum geht es bei dem MirSanFit-Projekt. MirSanFit ist ein Bewegungs- und Sportangebot für unsere Teilnehmende. Wir haben 2021 damit angefangen mit einer Vätergruppe, die Fußball organisiert hat für Väter und Jugendlichen. Das haben wir dann erweitert, wie Frauensport, wie Tanzen, Yoga und weitere Sportangeboten, je nach Bedarf oder Ballsportarten. Und es wurde dann mit einem Kletterangebot erweitert. Also das hat sich dann mit der Zeit weiterentwickelt. Und wir haben uns immer genannt, wir sind alle fit, wir machen mit. Und aus dieser, wir sind alle fit, ist MirSanFit entstanden. In einem geschützten Raum kann sich hier jede und jeder trauen, Neues auszuprobieren. Dahinter steckt viel Organisationsarbeit, die sich aber lohnt. Man macht viel, man organisiert viel und wir als Sozialdienstmuslimische Frauen streben danach, Menschen zusammenzubringen. Und wenn wir sehen, es funktioniert und es wird mit einem Preis gegründet, ist das wunderbar. 100 Prozent des Preisgeldes fließt in aktuelle und zukünftige Projekte. Um auch weiterhin gemeinsam und inklusiv sportlich aktiv zu sein. Ja, sportlich aktiv wären wir gerne auch mal wieder draußen, wenn das Wetter denn mitmacht. Die Eisheiligen sind ja nun vorbei. Es gibt also keine Ausrede mehr, warum der Frühling bzw. Sommer nicht endlich starten könnte. Gut, in rund einem Monat, da droht nochmal die Schafskette. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Heute Nacht wird es jedenfalls noch einmal frostig. Empfindliche Blumen und Pflanzen auf Balkon oder Terrasse sollten sie abdecken. In Regionen über 1000 Metern kann es nochmal Schnee geben. Die nächsten Tage versprechen dann aber endlich eine Wetterbesserung. Ja, gute Nachrichten sind das zum Feierabend. Bis morgen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.